Meine Damen und Herren, willkommen in Düsseldorf in der Mitsubishi-Elektrik-Hall. Spaß! Ah, ich werd gerufen. Hab dich lieb. Keine Ahnung, wer es war. Mit der besten Crew, die wir jemals hatten. Dafür kommt aber nichts nötig. Vielleicht doch nicht so gut. Schon sehr groß, wir freuen uns sehr. Und sind ein bisschen aufgeregt. Aber positiv aufgeregt. Wir machen heute Gruppenfoto. Oder Bocki, machen wir ein Gruppenfoto? Ey, wir machen ein Gruppenfoto. Olaf fummelt mir immer in den Haaren rum. Weil er mit Zopf viel besser aussehen würde. Ich bin der Micha. Ich arbeite seit über 20 Jahren hier bei der Feuerwehr in Düsseldorf. Und alle Bands, die wir schätzen, bekommen von uns ein Feuerlöcher. Und kann man prima Sachen mit machen auf der Bühne. Und ist auch ein schönes Andenken. Und wir sind heute Abend mit acht Leuten. Und wir hoffen, ihr reist die Bude ab. Und wir sind heute Abend mit acht Leuten. Setzt uns, lacht uns aus, alles aufrauscht, vor der Bühne bunt herauf, alles aufrauscht, mehr im Bus als zuhause. Düsseldorf, das war's. War krass. Ich trinke einen Sekt vielleicht.